Hallo und herzlich willkommen am Mariengymnasium. Die Fachschaft Musik möchte dir heute zeigen, was wir in unserer Schule so zu bieten haben. Natürlich darf im Stundenplan der Musikunterricht nicht fehlen. Hier lernen unsere Schülerinnen und Schüler die Grundlagen der Musik kennen. Unsere gut ausgestatteten Musikräume bieten alles, was für den Musikunterricht benötigt wird. Doch Musik am Mariengymnasium, das ist nicht nur Unterricht. In unseren drei Chören, wie einer für Unter-, Mittel- und Oberstufe, finden wöchentlich Proben statt. Dabei reicht das Repertoire von Popsongs über Musicalnummern bis hin zu allseits beliebten Weihnachtsliedern. Neben unseren Vokalensembles können auch Instrumentalistinnen und Instrumentalisten ihr Können unter Beweis stellen. Seit einigen Jahren hat sich auch eine Big Band am Mariengymnasium etabliert, die zum Beispiel auch schon zusammen mit der Big Band der Volkwang Universität aufgetreten ist. Ob digital oder live vor Ort, am Ende jedes Halbjahres steht ein Konzert. Sowohl im Sommer als auch im Winter findet dieses unter großem Engagement der Schülerinnen und Schüler statt. Selbst Ton- und Technik werden durch eine eigens dafür gegründete AG bedient. Wir hoffen, dieser kleine Eindruck hat euch gefallen. Bei Fragen könnt ihr euch natürlich jederzeit von uns wenden. Wir freuen uns auf euren Besuch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.